Woche 47 Der Grund zur Heimkehr Immer wieder begegnet man Menschen, die aufrichtig einen spirituellen Weg zu gehen versuchen und denen sehr Tragisches im Leben widerfahren ist. Sie fragen dann, wie es möglich sei, dass Gott einem solches zumute. Doch es gibt keine größere Täuschung, als zu denken, man könnte Krishna durch den Akt der Hingabe bestechen, damit er einen bewahre vor Hindernissen und persönlichen Tragödien. Der innere Weg verheißt nie eine Erleichterung. Inmitten von persönlichen Krisen und Schwierigkeiten betet der Bhakta nicht um Linderung des Ungemachs oder um Entlastung von Beschwerden, sondern immer nur, um die Kraft und die Gnadenfähigkeit, sich an ihn zu erinnern. Gott muss einem nicht geben, wonach man sich im Moment gerade sehnt. Es ist nicht sein Zuständigkeitsbereich, den aus Täuschung geborenen Regungen zu entsprechen. Aus dieser Einsicht beginnt ein Lebensumdeutungsprozess, initiiert zu werden. Das Ziel von Vahrabhakti ist es nicht, den Nektar von Rasa oder die Freude der Teilnahme an Krishnas Das ewige Dienen, sich einfach ganz seinem Wunsch auszuliefern, ist das Ziel. Dieser Bhakta ist nur bereit, in Gottes Reich einzugehen, weil ihn da intensivere Aufgaben des Dienens erwarten. Eine Schlaraffenland-Romantik, die Sehnsucht nach dem gelobten Land, nach Elysium, ist ihm gänzlich fremd. Die Tätigkeit im Beruf, aller Umgang und Beziehungen mit den geliebten Menschen um einen herum, jegliche soziale Interaktion und auch die Momente, in denen man tief wertgeschätzt wird, empfindet man alle wie Schattengebilde, als reine Nebeneffekte auf seine Heimreise und als vorbeiziehende Betrachtungsobjekte. Wenn diese Haltung nicht aus der Ur-Enttäuschung der Welt entspringt, herbeigeführt aus Enttäuschungen in ihr, sondern der inneren Neugeburt, der überschwänglichen inneren Freude als Seele, dann stellt sie die Grundlage für das innere Leben dar. Dieses ist von gänzlich anderer Natur und lässt auch das Schönste und Freudigste, was man zuvor kannte, blass erscheinen. Diese Freude, die nur im Siva zu Radha Krishna gründet, stellt den einzigen Grund zur Rückkehr dar.